Sandra Bullock hat eine große Chance in ihrer Karriere verpasst. Die Schauspielerin versuchte jahrelang, das Boxdrama Million Dollar Baby zu produzieren. Doch Hollywood Studios verweigerten ihr die Unterstützung. Trotz intensiver Arbeit an dem Projekt, glaubten die Verantwortlichen nicht an den Erfolg eines Boxfilms. In einem Interview mit dem Irish Examiner berichtete Sandra, Wir haben wirklich versucht, Million Dollar Baby zu machen, aber ich durfte ihn nicht machen. Sie sagten uns, Boxfilme verkaufen sich nicht. Nachdem sie das Vertrauen der Studios nicht gewinnen konnte, widmete sie sich anderen Projekten. Schließlich wurde Clint Eastwood auf das Drehbuch aufmerksam. Er brachte den Film mit Hilary Swank in der Hauptrolle ins Kino. Mit einem Budget von knapp 30 Millionen Euro spielte der Film weltweit über 216,8 Millionen Euro ein. Er wurde von Kritikern als Meisterwerk gefeiert und gewann vier Oscars. Sandra Bullock ist nicht nur als Schauspielerin erfolgreich, sondern auch als Produzentin. Viele ihrer Filme wie Miss Undercover und Selbst ist die Braut hat sie selbst produziert. Damit feierte sie große Erfolge. Obwohl sie bei Million Dollar Baby nicht dabei sein konnte, erlebte sie in ihrer Karriere zahlreiche Höhepunkte. Für ihre Rolle in Blind Side erhielt sie sogar einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Privat setzt sich Sandra für wohltätige Zwecke ein und gilt als bodenständige Persönlichkeit. Nicht alle ihrer Träume wurden wahr, aber ihre Karriere ist dennoch beeindruckend.